hey leute willkommen zurück bei einer neuen runde insane dungeon 3 map 7 so und man sieht es ist total zu aber wenn man nichtsdestotrotz da um starten am besten dort am eck setzen da noch einmal ohne copter vorsichtshalber falls irgendwo irgendetwas kommt jawohl wir haben schon das erreicht was wir wollen die ohne copter brauche ich dann noch später prinzipiell hat es ganz gut ausgeschaut eventuell werde ich wieder den cupid tauschen gegen valentina dann könnte es eventuell wieder besser funktionieren aber wir sehen uns bei der nächsten map